Was geht und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Fecha wie du. Heute mit Abdul. Hallo, was läuft, was läuft. Wir zocken wieder anrankt, weil erst ab 50 zocken wir. Anrankt, sag ich mal. Wir zocken Quick Match. Na, das war's. Wir sehen uns in der Runde. Die erste Runde hat begonnen. Ich bin doch, Abdul ist Tachanka. Nein. Was ist das Problem? Was wir kaum leben, du hast noch fast voll. Geh weg, geh weg. Komm, gib mir mal ein, wenn du die Ding. Digga, der Typ fast voll hart. Bleib mal stehen. Ist doch egal, mach einfach. Hätte ich dich jetzt verfehlt. Ja, ey, seht, das ist Teamwork. Okay, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ey, dieser Controller funktioniert einfach gar nicht. Der Fisch steht hier. Ich glaube, das ist mir nicht. Ich bin nicht. Geh, geh, geh. Geh, 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 gewiß dich. Geh, 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 geh. Ich bin ein, ich bin im Gegensatz. Ich bin von da. Geh, gehn. Mein Name ist Umut. Ja, Umut. Ah, brö. Ah, brö. Ah, brö. ich wechsle die nächste Runde in den Controller, da kann ich besser alles rumdrücken. Oh mein Gott, ich hab den gar nicht gesehen! Wo ist der, wo ist der? Oh mein, was? So, die zweite Runde beginnt. Ja. Cool. Dann starten wir dann. Ja, ich kann das nicht machen, das ist ein Problem. Ich mach. Dann hat Kollege Red, du gehst meiner Wort. Dann warte ich so lange auf dich. Oder rank mich schon mal vor, weil du jetzt wahrscheinlich diese Season nicht mehr wirst. Ja, wie lange dauert deine Season? Zwei Monate. Wieviel? Zwei Monate. Ja, dann schau ich safe, Digga. Glaub ich nicht. Deswegen rank ich dich schon mal ein. Ne, bin ich... Ah. Oder... Doch, ne, ich weiß auch nicht. Aber dann muss ich... Hä? Ich bin 23. Ich bin 24. Ich bin 25. Sein leise, du Bodenmusiker. New Yorkie. sei leise du kurische Bergzieger ohne Flagge ich wurde abgeballert wie hilfe 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 abdur kannst du mal herkommen wo ich bin abdur hier bei Dings bei Bombe was auch immer das ist hier sind zwei leute an beiden fenstern ich lass nur kurz mein fuß zu sehen ich krieg direkt an ich bin tot stimmt doch hey dicker einfach beide waren alle scheiße gekettet so die dritte Runde hat angefangen gerade leider verloren weil die auch irgendwie die Geisel bekommen haben jetzt die Angreife habe ich mit Slash Achts IQ wir haben dabei bist du vier? bist du vier? Hibana und Jackal haben wir mit dabei hast du random pick? ok nein ich habe Slash genommen weil der hätte gleich eine bessere Waffe als IQ ok einer ist hier und macht die Heads zu einer ist da wo ich bin einmal hier und sind die können uns sehen ist das Problem dann macht die Scheiß-Kämpfe kaputt warte kurz ich muss hier die eine ist drin einfach wenn ihr drin oder hier die Frage alle Fragen und alle Fragen ich bin ja ja ich bin so bereit wir wollen das ist wie sein oh mein Gott da 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 war runter wie juts der Typ schitter hab ihn wie viel Glück grad oh ich hab ihn hm hä es leben nur noch zwei lost brö hat er ihn eng oder das er hat ich schwöre ich hasse den wie kann man Clash spielen ja ich schieß einfach drauf oh nein 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 die zerstörbare Fläche und zerstörbare ja nein ich soll den Kill haben aber wie wie kann man den Kill nur von wenn man von hinten geht gell der großen Dings hat große Granaten sonst so los gegen den Halt ne er hat sein Schild nach hinten gemacht wie viel Glück kann man haben so die vierte Runde hat angefangen ich bin wie das gleich ab wenn es glaube ich viel mehr ich halt hier und die war damit dabei und ist noch mal angreifer und die sind unten hier ist kaputt gerade unterwegs hallo ach ja der ist absetzen und sind wieder da wo die waren der sagt hallo er hat er sei es noch vorgehen die machen über die Hälfte ist gut wir haben das Problem bei uns ist das sind so die Hälfte und er wird auch mit und er geht es scheiße das ist nicht deine Mutter ja doch schließlich ich schaffe es nicht irgendwo rein zu kämpfen und du losst es so scheiße so ich hab gleich weil sein Hammer ist sehr effektiv man kann damit sehr gut coole Kills machen wenn man die Leute damit schlägt und man kann auch ich gehst direkt durch die Mitte ordentlich punkten und auch nicht ich hab komplett vergessen dass ich kein Ding hab ich hab komplett vergessen dass ich kein Ding hab ja du so ah nein die haben es versperrt wo wurde ich entdeckt wo ist die Cam wo ist die Cam ich weiß jetzt immer noch nicht wo die Cam ist und das ist meine Lieblingsmann schau hä wo sind die Cam's wo sind die Cam's ach die wurde jetzt kaputt gemacht schlaft hier ist überlegen die haben alles zugesperrt digga alles einfach komm digga ich bin in die Frostbatter reingelaufen kann mir jemand helfen bist du das vor mir oder was ah nein du bist du Arsch der Welt warte ich helf den ein ja komm ich hab noch HP komm ach scheiße ich hab jetzt 12 HP hä eine Bombe bei mir ja du bist in die Cap kannst du jetzt reingelaufen ich bin nicht die Batsche Bombe ich bin nicht die Batsche Bombe okay das war's tschüss